Diese Vorlage hat eine enorme Bedeutung, nicht nur für die Schweizer Klimapolitik, aber auch für unseren Wirtschafts- und Innovationsstandort. Aber auch aus wissenschaftlicher Sicht, das haben wir gerade gestern gehört, die Wissenschaft hat sich auch zu diesem Gesetz bekannt, hat gerade gestern bekannt gegeben, dass 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dieses Gesetz ebenfalls aus einer Notwendigkeit heraus unterstützen. Musik 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 Musik